Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Devstream Overview. Devstream 175 war gestern Freitagabend und es war der letzte Devstream dieses Jahres. Wir haben einige Updates, die kommen werden. Genaues Datum ist noch nicht bekannt. Ich habe da allerdings eine Vermutung und dazu kommen wir auch gleich. Aber wie ihr seht, Devstream 175, Whispers in the Wall, Cross Save, Gauss Prime and more. Cross Trade wurde nicht angekündigt. Zumindest Stand jetzt. Wir gehen mal etwas weiter runter. Wir sehen schon, wir haben hier einen neuen Warframe. Das scheint der alternative Helm zu sein und er kommt mit einer Arch Gun. Das ist Vorwex und sehen wir gleich auch weiter unten, wie das generell aussieht. Housekeeping, Gift of the Lotus, könnte schon vorbei sein, wenn das Video rauskommt. Tenno Baum kommt zurück. Das Weihnachtsevent, wo man anderen Leuten was schenken kann und dann kriegen alle dafür eine Belohnung, wenn genügend Geschenke halt stattgefunden haben. Also man kann ja Leuten von ihrer Wunschliste in Warframe was schenken. Und ja, das Erlum-Paket verschwindet am 31. Dezember für, was waren das, Nova und Frost, glaube ich. Oder Mac und Frost, bin ich gerade nicht sicher. Aber ja, die relativ teuren Erlum-Pakets sind ab Ende des Jahres weg. Aber wir bekommen, ich sag mal, dieses Erlum-Ding scheint jetzt so ein generelles kosmetisches Upgrade zu werden. Denn in dem Event, was kommen wird, kann man sich eins verdienen. Das kann ich schon mal spoilern. Noras Mix Volume 5 kommt. Nächste Nightwave am 29. Dezember. Und wir kriegen dort ein Feuer-Syandana. Sieht ganz nett aus. Ist anscheinend ein neuer Syandana. Ist ganz nett. Und eine Eis-Rüstung. Das wird sicher den ein oder anderen Frost-Spieler oder Amber-Spieler interessieren. Ja. Dann haben wir natürlich andere Items in dieser Nightwave. Kubrow, Harker-Armor, Frost-Harker-Noggle. Also ne Kubrow-Rüstung und ne Frost-Wackelkopf-Figur. Und eine Kavad-Rüstung. Ähm. Ja, da gehen sie einmal über die Nightwave drüber. Müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Dann haben wir Warframe at the Game Awards. Genau. Am 7. Dezember sind die Game Awards. Warframe wird da vertreten sein. Und auch ein Element haben in dieser Show, wo sie Sachen ankündigen. Wahrscheinlich zu Whispers in the Wall. Sehr wahrscheinlich. Und meine Vermutung ist, da kein Release-Date kommt. Hier steht es aber, Whispers in the Wall Trailer and Reveal our Release-Date. Sie werden an dem Tag, am 7. Dezember bei den Game Awards, das Release-Date von Whispers in the Wall bekannt geben. Und meine Vermutung ist, dass sie sagen werden, es ist ab jetzt spielbar. Also ab dem 7. Dezember, ab dieser Show, wird der Download des neuen Updates freigegeben. Ist meine Vermutung. Kann natürlich auch nicht stimmen. Kann sein, dass das erst im, keine Ahnung, 14. Dezember, 21. Dezember vielleicht nicht mal dieses Jahr noch kommt. Ich hoffe allerdings, dass es dieses Jahr kommt. Und zwar in den ersten zwei Dezember-Wochen. Also entweder am 7. oder halt bis zum 14. Dezember sollte es dann da sein. Hoffentlich. Zusätzlich, jeder, der bei den Game Awards zuschaut, kann ein Severgoth-Warframe plus eingebauten Orokin-Reaktor, genau, und Warframe-Slot verdienen. Selbst wenn ihr Severgoth schon habt und Severgoth, so wie ich, in den Helmeth reingepackt habt, ihr braucht also keinen Severgoth mehr. Ihr kriegt einen freien Warframe-Slot. Das sind 20 Platinum, einfach nur fürs Zuschauen als Twitch-Drop. Müsst ihr dann natürlich aber auch innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, claimen, sonst ist der Drop halt weg. Deswegen, schaut euch das an, claimt den Drop und ja, verbindet auf jeden Fall euer Warframe-Account mit eurem Twitch-Account, denn sonst kriegt ihr den Drop auch nicht. Aber ja. Whisper's in the Wall. Was haben wir hier? On next major update, äh, bla bla bla, nächstes großes Update. Ähm, we are launching cross-platform safe with this update. Ja, es wird cross-safe geben. Ähm. Aber das wird ein bisschen, äh, ich sag mal in Etappen gemacht. Sagen wir es mal so. Aber da wird es eine eigene Sektion gleich geben, da können wir besser drauf eingehen. Dann, ähm, New Warframes, Weapon Systems, ja, neuer Game Mode, né, neuer Game Mode, nö, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Clan Operation, bin ich sehr drauf gespannt, auf das Gargoyles Cry Event und natürlich neue Kosmetik etc. Before the Quest Update 35 Whispers in the Wall, coming Dezember 2023. The pre-requisite requisites for Whispers in the Wall. Wir müssen, also was müssen wir gemacht haben? Heart of Deimos muss abgeschlossen sein und der New War muss abgeschlossen sein. Wenn ihr diese beiden Quests nicht gemacht habt, müsst ihr die erst machen. Es gibt kein Story Skip, das hatten sie ja letztes Mal angekündigt, dass man möglicherweise für Geld die Story skippen kann. Es gibt jetzt eine andere eine andere Herangehensweise an diese Sache, damit ihr, falls ihr noch nicht so weit seid, bis zu diesem Update hier, bis zu diesen neuen Quest vorspringen könnt. Ihr müsst alle Quests spielen, ja, ihr könnt sie nicht skippen, aber die Mastery Rank Requirements, also den Mastery Rank, den ihr braucht, um die Quests zu spielen, wird generell für Story Quests removed. Das heißt, ihr könnt alle Story Quests von Mastery Rang 0 praktisch spielen. Ist zwar nicht zwangsläufig empfehlungswert, weil halt manche Quests wirklich relativ schwer sind, gerade auf Mastery Rang 0, würde ich jetzt nicht so was wie War Within empfehlen, aber theoretisch geht das jetzt, das heißt, man muss nicht immer 24 Stunden warten, bis man den nächsten Mastery Rank aufsteigen kann, um dann den nächsten Quest zu spielen. Nein, das geht jetzt auch vorher. Dann haben wir Quest Optimations, Optimisation, also sie haben die Quest optimiert, Decoupling Main Story von Mastery Quests, habe ich gerade erzählt, dass man keinen Mastery Rang mehr braucht, für die Main Quests, und Changing Some Quests to be Main Story and Side Quests, also die generellen Quests werden jetzt eingeordnet in Main Story und Side Quests. Okay, das habe ich gerade ja schon erzählt. Heart of Diamonds, New War, muss gemacht werden, ähm, genau, Story Skip, haben sie fallen gelassen, das kommt nicht, äh, Mastery Rank wird removed, ähm, ja, das war das. Whispers in the Wall Quest, da haben wir den neuen Quest, der rauskommt, mit unseren schönen, mit unserer schönen Hülle hier, und dem Etrati Labor, ich bin gespannt. Whispers in the Wall Quest, Etrati Lab Tileset, und Man in the Wall Tileset, heißt, wir bekommen halt dieses Tileset, von wegen Etratis Labor, bekommen wir, die Maps, und halt das, äh, ja, diese alternative Dimension, das Void, das Whispers in the Wall, Man in the Wall, äh, Theme Ding, wo die Murmur auftauchen. Dann wird es die neue Waffe geben, wie die wir schon gesehen hatten, bei der TennoCon, das Tome, das Buch, das Magiebuch, das neue Magiebuch, Grimoire, und neue Mods für die Tome. Das ist eine Sekundärwaffe an der Stelle, es ist keine Nahkampf, keine Primärwaffe, es ist eine Sekundärwaffe. Bin ich auch drauf gespannt, und ich hoffe, dass auch mehr Tomes dann kommen und das nicht wieder fallen gelassen wird, wie bei manchen anderen, ja, Dingen in Warframe. The Enemies, Etrati Lab Enemies, da es heißt, die Etrati Necra, Dogs, Necra, Dingster Boomsters, es gibt eine Menge Necrans bei Etrati, diese, sag mal, was sind das, Mecha-Wesen, also mechanische Wesen, die werden kommen und natürlich die Murmur-Fraktion, die neue Fraktion, die da kommen wird, die man dann in den Whispers in the Wall, also in dem Void, kennenlernen wird. Und ein neues Syndikat wird kommen, das Kaviar-Syndikat, warum das so heißt, I don't know, es hat nichts mit Fischen zu tun, soweit ich weiß, und das wird das mit Lloyd sein, mit unserem neuen Lloyd und nicht dem Necro-Lloyd. Ja, dann, was haben wir noch? Da haben wir ein Bild von Etratis Tileset vom Labor, hier haben wir das Tileset vom Man in the Wall, dieses Void, ich sag mal, Void-Wüsten-Ding, sieht sehr cool aus, sieht ein bisschen, ja, Untergrund aus, erinnert mich ein bisschen ans Chasm, der, wie heißt denn das auf Deutsch? Weiß ich gerade gar nicht. Das Chasm in Genshin Impact hat einen leichten Flair daran, müsste nur noch, nur noch ein bisschen dunkler sein. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Was haben wir hier? Knauze? Achso, da gucken sie sich einfach nur das entsprechend an, falls ihr euch diese Videoclips angucken wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Dann haben wir natürlich die neuen Gegner, wir haben hier ein paar Necro-Dogs und Necro-Birds, und was es halt noch so gibt und die Murmur und da finde ich ganz interessant, ähm, ich öffne mal die in der neuen Seite, ich hoffe, man kann das so sehen. Wenn ich da jetzt reinzoome, da sehen wir, sieht man's? Ja, da sehen wir, da ist das Gesicht von Man in the Wall oder zumindest eine Anlehnung daran. Sehr interessant. Also seine Minions haben auch irgendwie sein eigenes Gesicht mit drin, ähm, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und wir haben einen neuen Warframe, neue Waffen und neue Systeme. Sobald der Quest kompliziert, also sobald ihr den Quest abgeschlossen habt, ähm, könnt ihr, habt ihr Zugriff zu diesen Tilesets und mehr. Und natürlich den Quest Rewards, ein neuer, also eine neue Waffe. Nach dem Quest bekommen wir das Tome, das Grimoire. Und, ja, wir haben auch Tome Skins. Ich weiß nicht, ob die die jetzt schon zeigen oder gleich. Ähm, neue sekundäre Waffe mit Tome-Specific Mods, also neuen extra Mods für diese Waffenart. Und ja, es gibt zwei unterschiedliche Skins. Es gibt so dieses Magie oder Magic Skin hatten die das genannt. Fantasy Skin mit so einem Auge drin und sieht ganz cool aus. Und wir haben so ein Cyberpunk äh, Skin. Finde ich auch saugeil. Ich meine, im Endeffekt wird man es nicht wirklich sehen an der Stelle. Also andere Spieler werden es nicht sehen, weil es dann doch eher ein kleines Accessoire an der Waffe ist. Aber man selbst, also ich denke, so das Cyber-Ding, da bin ich schon interessiert. Und ich meine, das sind coole Skins. Sind sehr coole Skins, muss man sagen. Ja, Tenukai und Melee Expansion. Das hat mich gefreut. Das ist was, was ich mir schon länger gewünscht hab. Wir bekommen eine Funktion oder ein System, sag ich es so, ein System, wo wir auf unseren Nahkampfwaffen Exelus Mod und Arcanas ausrüsten können. Auf unseren ganz normalen Nahkampfwaffen. Das Ganze können wir glaube ich erst freischalten, wenn wir den entsprechenden Quest hier gemacht haben mit Whispers in the Wall. Arsenal Extension with upgrades your melee weapon, primary and secondary weapons have enjoyed the use of Exelus Adapters and Arcanes for years now. Also, die Primär-Sekundär-Waffen haben seit Jahren die Exelus Adapter und die Arcanas und jetzt bekommen auch die Nahkampfwaffen diese Funktion. Neun Nahkampf-Arcanas werden oder werden bearbeitet, being worked on, also sind in der Mache und werden mit dem Update rauskommen. Neun neue Arcanas für Nahkampf. Ähm, genau, wir bekommen auch eine neue Heavy-Attack-Technik, die Tenokai. Tenokai wird von Tenokai-Mods enabled die wir in den Exelus-Mod-Slot unserer Nahkampfwaffe reintun können. Oder reguläres Mod-Slot, da können wir die auch reintun, falls wir wollen. Ähm, mit den Tenokai-Mods equipped, also ausgerüstet, äh, haben wir eine Fähigkeit freigeschaltet, um Tenokai-Heavy-Attacks zu machen. Wenn wir eine erfolgreiche Heavy-Attack machen, wenn ein Tenokai-Symbol aktiv ist, on your Retycle, ich weiß gerade nicht, was das bedeutet, was das Retycle ist, aber es wird auf dem Bildschirm erscheinen, das Tenokai-Symbol, und dann müssen wir eine Heavy-Attack machen, dann werden wir keinen Combo-Counter, ähm, verbrauchen, und wir werden eine schnellere, ja, Wind-Up, also eine schnellere Angriffs-Animation haben. ist ganz nett, ich bin ehrlich gesagt nicht so interessiert für dieses Tenokai-System, was die Exilus-Mods angeht, aber da es verschiedene Exilus-Mods geben wird, bin ich interessiert, was es da noch für Boni gibt, neben dieser Heavy-Attack-Sache. Ja, ist auf jeden Fall für Heavy-Attacks ganz geil. Ähm, es wird eine unterschiedliche Anzahl von Tenokai-Mods geben, mit den Whispers in the Wall, kann man sie sich wohl verdienen, ich denke mal mit dem Syndikat, und ja, Tenokai, hatten sie das hier gezeigt, ja, hatten sie, wollte eigentlich auf das Symbol hinaus, aber das Symbol sah ganz cool aus, haben sie hier leider nicht gezeigt. Ähm, sah ein bisschen aus wie ein Clan-Symbol, aber hey, der 55. Warframe kommt dieses Update, Porvex, ein Brutalist-Warframe, ein Brutalist-Warframe, mit einem Radioactive-Core, ein brutaler Warframe mit einem radioaktiven Kern, Porvex, äh, will, blablabla, wird das Battlefield zum Leuchten bringen, oder wie auch immer, äh, Blueprints können vom neuen Händler des neuen Syndikats äh, erfarmt werden, gekauft werden. Das heißt, nach den Whispers in the Wall haben wir das Kaviar-Syndikat und beim Kaviar-Syndikat können wir die Blaupausen für Corvex bekommen. Corvex hat ganz interessante Fähigkeiten, eine Passiv, alle Waffen, die, ähm, Corvex attacked by Corvex, ähm, come with a bonus radiation damage. Heißt, alle Waffen, die wir benutzen mit Corvex, äh, kriegen Radiationsschaden, Strahlungsschaden, einfach generell drauf. Das ist sehr interessant für sowas wie Aigolon-Hunting, könnte ich mir vorstellen, kommt auf den Bonus dann wirklich an. Und, ähm, er hat ein paar interessante Abilities, ich weiß nicht, ob wir das hier gut, äh, zeigen können, da kommt er mit seiner Archgarn, zeigen sie es hier schon direkt, da, wir sehen so bei Corvex, er pulsiert auch, finde ich sehr interessant, dieses Pulsieren, ich weiß nicht, es creept mich ein bisschen out, also, ich find's nicht geil, ich würde lieber ein Skin drauf haben, und, warum hat er wieder dieses Ding in der Mitte, also, es ist ein männlicher Warframe, sagen wir es mal so, ähm, da zeigen sie nur Corvex, aber ja, erste Fähigkeit, platziert ein radioaktiven, also ein Radiationsschaden machender Pillar, einen, eine Säule, mit einem Area of Effect Damage, also wir haben ein, eine Säule, die wir platzieren, die macht dann in einem gewissen Umkreis Radiationsschaden, Gegner, die in diesen Radius sind, werden, ähm, verlangsamt, und bekommen halt Radiationsschaden, diese Fähigkeit, ähm, React, also, agiert zusammen mit Corvex Kräften, wenn, äh, hit by them, increase the speed of a radioactive process, okay, das heißt, wenn wir, Moment, Visibility reacts to Corvex other powers, also, funktioniert zusammen mit den anderen Fähigkeiten von Corvex, wenn sie, hit by them, when hit by them, ah, okay, so ist das gemeint, diese Pillars, die wir aufstellen können, kann mal kurz gucken, ob wir hier, da haben wir das Simulacrum, ähm, es ist folgendermaßen, diese Pillar, die wir aufstellen, diese Säulen, wenn wir die mit den anderen Fähigkeiten von Corvex treffen, dann, äh, kommen halt schnellere, ja, Waves aus diesen Pillern raus, so, hast du genug geladen, da haben wir die Pillar, und die machen jetzt hier Radiationsschaden, und wenn wir die mit den anderen Fähigkeiten von Corvex abballern, oder generell treffen, dann, ähm, wird diese, dieser Puls hier beschleunigt, und die Gegner kriegen halt häufiger dann Radiationsschaden, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht ganz gut für Mobile Defense oder Defense generell, kann man sicher den ein oder anderen, da war schon die zweite Fähigkeit, den ein oder anderen, ähm, Gang zu machen, aber ja, die zweite Fähigkeit sieht auch sehr geil aus, mit den Wänden, die sie zusammenziehen, ja, Ability Nummer 2, Cast two large walls that crash together, haben wir gerade gesehen, Ability Nummer 3, gibt seinem Team Statusimmunität, äh, wenn Stacks, Status Stacks aktiv sind, Increase the number of Stacks available through kills and assists done with radiation damage, heisst, ähm, die Nummer der Stacks wird auch erhöht, wenn wir Kill oder Kill Assists machen mit Radiations Damage, ähm, dann haben wir die, also das ist eine Tankfähigkeit, die auch für das Team äh, funktioniert, aber, ähm, weiß ich jetzt nicht, muss man gucken, ob die wirklich gut ist. Nummer 4 sah ganz interessant aus, unleash a beam, also wir releasen einen Beam von radioaktiven Schaden und, äh, Gegner, die von Radiations Schaden, also Strahlungsschaden, ähm, ja, betroffen sind, Strahlungsschaden, Status Effekte werden explodieren und werden eine Kettenreaktion verursachen, das heißt, wir, ähm, ja, schießen diesen radioaktiven, diesen Strahlungsschaden, Laser aus uns raus, treffen damit Gegner, die den Radiationsstatuseffekt, also Strahlungsschaden, Status Effekt, auf sich drauf haben, dann werden die explodieren und dadurch eine Explosionskette entstehen lassen. Können wir uns hier auch, glaube ich, mal angucken. Äh, ja, zeigen sie hier gleich, da kommt nochmal die Wall, da passieren sie die Pillars, wo kommt der Laser? Also, sie reden gerade ein bisschen darüber, von wegen Statuseffekte, zeigt mir den Laser. Da, okay, es hat gerade ein bisschen geleckt, das passiert manchmal bei Twitch Clips, die eingebettet sind, ich weiß nicht wieso, da haben wir den Laser. So, da habt ihr die Extra-Attacks danach gesehen, die sind so leicht explodiert, da kamen so leichte Feuersäulen raus. Äh, machen sie es nochmal. Ja. Sehr interessant. Sehe ich den Warframe irgendwie als Meta-Frame? Ich denke nicht. Ich denke, er wird nicht wirklich viel Spiel sehen. Die Pillars sind ganz interessant und die Pillars sind auch seine Helme-Fähigkeit, soweit ich weiß. Bedeutet also, wir können diese Radiations, ja, Türme überall auf jeden Warframe draufpacken, den wir wollen, wenn wir ihn einmal in den Helmhiff eingeschleust haben, geopfert haben. Ja. Dann kriegt er seine eigene Archgun, die Mann, Mender, was? Mandonel? Mandonel Archgun, war jetzt nicht allzu interessant an der Stelle, meiner Meinung nach. Ist halt eine fette Archgun, die, ja, irgendwie nicht so viel, nicht so schnell schießt. Ist halt eine Art Shotgun mit sehr langsamer Schussfrequenz und einem sehr breiten Spektrum. Naja, muss man wissen. Ich finde, Archgewehre sind echt nervig zu leveln, deswegen, I don't know. Dann bekommen wir auf jeden Fall noch einen Hammer, den Eckheim. Den hatten wir vorhin schon gesehen. Das war, als sie die Melee-Mods gezeigt haben. Da, das ist der Eckheim. So eine runde Kugel. Ist halt ein neuer Hammer und sah jetzt nicht allzu geil aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist halt ein neuer Hammer. Kriegt man bei den Whispers in the Warquest. Dann haben wir ein neues System, Archon Charts. Archon Charts Policent Fusion. Also eine Fusion der Archon Charts. Dass sie das hier nicht zeigen, ist schade. Aber ja, es gibt jetzt ein neues System, wo man die Archon Charts halt mixen kann. Haben wir einen roten Archon Chart und einen blauen Archon Chart, können wir ihn in einen lilanen Archon Chart verwandeln. Haben wir einen blauen und einen gelben, machen wir einen grünen draus. Und so weiter und so fort. das heißt, wir bekommen drei neue Kombinationen. Gelb und ich hab noch einen. Haben wir drei neue Kombinationen? Wir kommen auf jeden Fall ein paar neue Kombinationen. Einer davon ist lila, sah sehr schön aus. Aber ich sag mal so, bis man Archon Charts hat, gefarmt hat. Man kann nur einen pro Woche bekommen. Dann ist es nicht mal garantiert, dass das ein Tau Forged Archon Chart ist. Das heißt, wenn man wirklich min-maxen möchte, ist das auch noch ja, by chance, sagen wir es mal so, dass man dann diesen Tau Forged, den Tau geschmiedeten Archon Charts bekommt, der ein bisschen besser ist als die normalen Archon Charts. Und ich denke, dass man, wenn man zwei Tau Forged Archon Charts zusammen mixt, man auch dann einen zum Beispiel lilanen Tau Forged Archon Charts bekommt, der uns dann wieder andere Boni gibt. Ist das irgendwie wert, das Ganze zu spielen? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, bei den Archon Charts fand ich am Anfang ganz interessant, aber overall brauchen wir die wirklich nicht. Diese minimalen Verbesserungen sind nett, aber sie sind nicht wirklich wichtig fürs Endgame. Deswegen, man kann sich die farmen, man muss es nicht. Wenn man wirklich min-maxen will, braucht man sehr lange dafür, weil, wie gesagt, einer pro Woche dann nicht mal garantiert, dass es einer der besseren Archon Charts ist. Und jetzt muss man zwei zusammen mixen für einen neuen. das ist irgendwie viel Zeitinvestition. Investition will irgendwie das Wort länger machen, als es ist. Und ob sich das lohnt? I don't know. Ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich nicht machen, aber es ist eine nette Funktion. Dann haben wir ein neues System, Arcane Dissolution. Ihr habt wahrscheinlich viele Arcanas, die ihr gar nicht braucht, von den Ankolyten, von den Eidolons oder aus den Battle Passes, von den Nightwaves. Da habt ihr wahrscheinlich einige Arcanes, die ihr nicht verkauft, weil sie es einfach nicht wert sind, weil sie ein Platinum, drei Platinum wert sind und mehr nicht. Lohnt sich nicht dafür, ein Trade loszuwerden. Die können wir jetzt auflösen in eine neue Ressource und diese Ressource dann umtauschen gegen Arcana Packs, wo auch zum Beispiel legendäre Arcanas drin sein können. Sowas wie Arcana Anmut. Die Wahrscheinlichkeit steigt, einen höherwertigen Arcana zu bekommen, wenn wir natürlich höherwertige Arcana benutzen. Als Material für dieses Pack. Aber das werden wir sehen, wenn es so weiter ist, wenn es rauskommt. Ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt halt Schrott-Arcanas oder Arcanas, die wir halt nicht mehr brauchen, umwandeln können in diese neue Ressource, die wir dann umtauschen können gegen diese Pakete. Und die Pakete, wie wir hier sehen, Arcana Investing by Selections, Theme Pact, Planes of Eidolon, Fortuna, etc. Man kann da wirklich dann auch sagen, ich möchte ein Paket kaufen, wo dann Arcanas von den Planes of Eidolon drin sind oder von Fortuna oder von Deimos oder von Angels of Zerriman oder wie auch immer. Werden wir sehen, wenn es rauskommt. Dann kriegen wir einen neuen Game Mode und die Clan Operation. Neuer Game Mode ist Alchemie. Wir bekommen eine Art Defense Target. I don't know. Es sah so ein bisschen so aus, wo wir dann unterschiedliche Elemente reinfüllen und die werden dann eine unterschiedliche Aktion, eine Reaktion auslösen. Ist auf jeden Fall ein neuer Endless Mode. Sah ganz interessant aus. Scheint auch generell, so von dem, was ich gesehen habe, ein neuer, ein wirklich neuer Missionsmodus zu sein. Dann kriegen wir die Necra Cells. Auch interessant. Wir müssen eine Schlüsselglyphe mitnehmen und müssen dann Necra Cells in einem Labyrinth suchen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, aber es klingt interessant. Und dann kriegen wir natürlich, ich habe am Anfang des Death Streams gesagt, jo, wäre doch lustig, wir haben vor einem Jahr mit Voruna eine Survival Mission with a Twist bekommen und dann kam Satrine mit einer Defense Mission with a Twist und jetzt kam Dargav mit einer Auslöschungsmission mit einem Twist. Und was bekommen wir jetzt? Eine Attentat-Mission mit einem Twist. Mh! Sind wir in einer Recycling-Fabrik? Warum? War... Äh? Ich verstehe es nicht. Diese Twists an sich. Ich muss sagen, Voruna, der Twist, die Mission wird tatsächlich noch gespielt. Bei Citrine, ich glaube, nicht wirklich. Und bei Dagiv, das ist eine Solo-Mission, nachdem man Dagiv zweimal gefarmt hat, einmal für Helmeth, einmal zum Behalten, und die Door-Clave, wird man die nie wieder spielen. Das ist einfach keine Mission, die man normalerweise spielen möchte. Und die entsprechenden Defixios oder dieses, ich sag mal, bei Citrine, bei der Defense Mission, dass man zwischen zwei Tile-Sets wechselt, das ist mehr nervig als wirklich förderlich. Das sind einfach nur nervigere Missionen, die wir schon vorher hatten. Und ja, wir bekommen eine Attentat-Mission mit einem Twist. Use the Murmur-Eye and find the fragmented one. Es wird ein Murmur-Attentat sein, wenigstens eine neue Attentat-Mission, aber auch da, wir sehen, was daraus wird, wenn's kommt. Alchemie, ja, hatten wir da gesagt, Use a new device called the Crucible to fuse together basic elements. Ja, wir benutzen ein neues Gerät, das Crucible heißt, und wir fusionieren da Elemente und da entstehen dann irgendwelche komplexen elementaren Kräfte, die alle Murmurs in der Nähe, ja, damaged, nicht rankommen lässt, wie auch immer, was dann halt passiert mit dieser Element-Fusion. Und es ist natürlich eine Endless-Mission Teils. Negraseth, das war das mit dem Labyrinth, wo wir was suchen müssen. Und ja, man braucht dafür so eine Key Glyph. Dann Assassination hat eine Clan-Operation. Clan-Operation Gargoyles Cry, bin ich sehr drauf gespannt, da kriegen wir nämlich ein neues Kosmetik-Ding, nämlich diesen Erlung, den ich schon erwähnt hab am Anfang. Das Ganze wird keine Leaderboards haben, so wie alte Clan-Events, es ist nur, ich sag mal, Just for Fun da. Man muss die Whispers in the War Quest abgeschlossen haben, um bei diesem Plan-Event mitzumachen. Dann Es wird eine Gargoyle-Dekoration geben, die packen wir in unser Dojo und dann können wir da mitmachen. Dann haben wir keine Leaderboards, hat er ja erwähnt. Players players will take the Fractured One in Assassination Missions, but with different variants. Das heißt, the Fractured One, der Frakturierte, ist ein neuer Boss, ein Murmur-Boss, der kommen wird und den werden wir in unterschiedlichen Variationen in diesem Event bekämpfen. Partipate, ich höre auf Englisch zu sprechen, ich will nicht mehr, mitmachen mal dieser Operation, wird ein globales Ziel anlocken, nämlich eine neue Signar, dieses, was wir auch in den Erlum-Paketen hatten, dieser, nennt sich das, dieser Halo, und zwar sieht dieser Halo aus wie so eine, wie so ein Lorbeerkranz von Cäsar, da haben wir ihn. Kann man auf jeden Warframe dann draufpacken, wenn dieses globale Ziel, heißt jeder, der mitmacht, hilft diesem Ziel voranzukommen, wenn das innerhalb der Eventzeit passiert ist, kriegen alle, die mitgemacht haben, ich denke, dass alle, die mitgemacht haben, vielleicht sogar alle Spieler generell, I don't know, kriegen dann dieses kosmetische Accessoire. Und es sieht ganz nett aus, ich muss sagen, bei Styrenex sieht es irgendwie zu groß aus, aber ich denke, der ein oder andere Warframe wird da sicher dran profitieren, und es zeigt, dass die Halos im Airloben-Paket nicht die einzigen sein werden, die ins Spiel reinkommen. Hoffentlich. Zumindest haben wir jetzt auch einen anderen. Dann neue Kosmetik und Quality of Life Changes. Was haben wir da? Wir haben da die Signature Archgun Manden von Corvex. Wir haben den alternativen Helm, den hatten wir vorhin schon gesehen, diesen runden Helm für Corvex, der Raxpart alternative Helm, ein Portcull Syandana, das war dieses fette Ding, was auf dem Rücken hatte. Severgoth Glaucus Skin kommt, das ist glaube ich der, zeigen sie es hier, nein, aber das müsste der Fallenskin sein, mit dem Epitaph Skin und einem Schulter, äh, ja, einem Schulterplatte, auch im Quallenstil, dann den neuen Hammer, wir bekommen, ähm, das Kalümos Carvat, ähm, Fellmuster, dann zwei Grimoire Skins, der Fantasy und Sci-Fi Skin und ja, neue Captura, Captura-Szenen für, ähm, das Itrati-Labor, nicht Labyrinth, Itrati-Labor und Man-in-the-Wall Teiset halt, kriegen wir auch eine Captura. Genau, Seven of Goff Deluxe Edition, das war der Qualenskin, dann Archgun Deployment Buff, das war interessant, wenn wir jetzt eine Archgun ausrüsten, kriegen wir 2000 Bonus Overshield, das ist, ganz cool. Ähm, und zweitens, alle Archgun Heavy Gun Stats Buff to make them feel like Heavy Hitters, okay, wir kriegen auch einen Buff bei Heavy Guns, weil die genauen Zahlen weiß ich dann nicht, aber, ja, wird dann in den Patch Notes drin sein. Voidric Difficulty Changes bei Gegnern, heißt die Voidrics werden stärker. Interessant. Dann Cross-Plattform Save, Launching Alongside Whispers in the Wall in Dezember, ähm, hier steht sogar Dezember, es kommt im Dezember, wir wissen allerdings noch nicht wann, ich vermute, siebter, gleich nach dem Reveal auf den Game Awards. Das Ganze kommt allerdings mit in Phases, das heißt, als erstes werden die Pounders die Möglichkeit haben, die, äh, ihre Sachen zu Cross-Saven. kaufen. Und, das ist sehr, ich sag mal, schwierig bei den Purchases gewesen. Wenn ihr also einem, bei dem, beim, ähm, auf einer Plattform oder auf Plattform und PC dasselbe, den selben Prime Access gekauft habt, oder wenn ihr zum Beispiel das, äh, Tenogen auf Steam, die Custom Skins, die von Steam-Nutzern gemacht werden und dann ins Spiel kommen, die kann man nur auf Steam kaufen und sind deswegen PC-exklusiv. Die werden bei einer einmaligen, ja, bei einem einmaligen Cross-Safe übertragen auf eure Konsole, aber alles, was nach diesen Cross-Safe dann gekauft wird auf Steam bleibt auch wieder weiterhin nur auf PC. Das wird also einmal, äh, zusammengeführt, die Skins und dann, was danach kommt, wird wieder nur PC sein. Muss man also ein bisschen drauf achten, ähm, da solltet ihr euch nochmal an anderer Stelle ein bisschen informieren, hier gibt's eine offizielle Page dazu mit allen Details, ich denke, die werde ich auch dann in der Videobeschreibung verlinken. Merging Accounts, Linking Accounts, Trading, Cross-Plattform Trading is available between players who have Cross-Plattform Play and Cross-Plattform Safe enabled. Nevermind, ich meinte, ich hatte gedacht, dass das nicht kommt, aber da habe ich mich wohl vertan. Es kommt tatsächlich, es kommt Cross-Trade und Cross-Trading habe ich leichte Befürchtungen, was die Preise angeht im Markt, denn wir werden jetzt zusammen gemixt mit den unterschiedlichen, ja, Spielern, Angeboten, Angeboten von Spielern, von den Konsolenspielern. Bedeutet, wir werden viel mehr Angebot haben als Nachfrage, denke ich, und die Preise werden in den Kellersacken von allem, bis auf, ich denke mal, Rivens. Rivens werden immer noch relativ teuer sein, aber viele andere, also es kann natürlich sein, dass sich die Preise so halten, wie sie sind, es kann aber auch sein, dass aufgrund der hohen Nachfrage halt die Preise extrem sinken. Man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber die Befürchtung gibt es auf jeden Fall. Genau, PC-Tanogen ist limited to PC, Console can cross Platform save Tenogen to other Console-Plattforms, habe ich ja erwähnt, dann haben wir Gauss Prime, kommt im Januar 2024, Gauss Prime, sehr schick, freue ich mich drauf, kommt zusammen mit der Aseltra und den Arcarius Prime, seinen Signature Weapons, mit dem Altra Prime Syrandana, der Doppel Doppline Prime Armor, einen alternativen Prime Helmet, Gauss Prime Noggle und Gauss Prime Fluff, ja, es gibt eine Fluff, Zeigen sie das genau hier jetzt, komm, er will nicht, aber hier können wir auch mal gucken, hätte die vielleicht vorladen sollen, es gibt auf jeden Fall eine Fluff dazu, wer solche Plüschtiere sammelt, hey, hier habt ihr neun, da haben wir sie, da ist die Fluff von Gauss Prime und wir haben auch bei der Redline eine schicke Animation, also Gauss vierter Fähigkeit, da klappen sich die Ohren hier zum Beispiel um, wenn er die Redline aktiviert, da, jetzt sieht man's, ist ne ganz nette, ich sag mal Animation, aber vom Design her, muss ich sagen, der neue Gauss Deluxe sieht besser aus als der Prime und ich weiß nicht, ob mir der Helm von Gauss Deluxe gefällt, aber ja, das ist ne persönliche Sache. iOS und Android Builds, ja, es kommt eine Mobile Version, beziehungsweise es kam ja schon eine Mobile Version raus, kann man sich für anmelden auf www.warframe.com slash Android, Ausrufezeichen, ich weiß nicht, ob das dazugehört oder anscheinend gehört dazu, iOS Beta kommt, Soulframe gab's auch ein kleines Update, man kann jetzt einen Wolf streicheln, man kann den Hund petten, pet the dog, das geht. So viel dazu, das ist alles, was wir in diesem wirklich langen Devstream bekommen haben, wer zugeguckt hat, nein, ich sag lieber nicht, was man bekommen hat, denn dann werdet ihr euch ärgern, wenn ihr nicht zugeguckt habt, aber ja, so sieht das Ganze aus, wir bekommen Gauss Prime, wir bekommen einen neuen Warframe, wir bekommen ein komplett neues Syndikat, neue Teilsets, also gutes Update, kommt noch diesen Dezember, schaltet zu den Game Awards ein, da wird das Ganze nochmal ausführlicher gezeigt, neuer Trailer, wird bekannt gegeben, wann das Ganze rauskommt und ihr kriegt den Severgoth for free, beziehungsweise falls ihr Severgoth schon habt und in den Helmeth einfügen wollt oder schon eingefügt habt, kriegt ihr halt einen Waffenslot, wenn ihr, einen Warframeslot, wenn ihr Severgoth dann halt verkauft, den Slot behaltet ihr. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, wir sehen uns, hören uns das nächste Mal, bis dahin, tschau, Bis zum nächsten Mal.